Geht glaube ich ab. Und es geht ab. Wow. Wir sind drinnen. Wir sind hier drin. Auch in das. FD mit Repos Music. Repos Music. Echt Repos Music. Oh nein. Button check, falls schon mal was. Oder? Schätzte mal, das war nicht Absicht. Grob geschätzt. Zählen wir jetzt mal nicht das Game. Ja, guck mal, woran es lag. Es lag an der Map. Es lag. Ich hoffe, kriegt der Typ hier nehmen und dann auch sehr. Verstehst du? Nee, nicht ganz. PS2. Beide geben sich die Baus auf dem Kopf. Kopf von der Niederhut hier. Winner Finals. Jetzt geht's aber los. Winner Finals. Wir sind ja nicht im Winner Finals. Leute, macht mal alle Lärm. Schreibt mal alle Lärm in den Chat. Lärm machen. Alle Lärm. Geil. Let's go. Winner Finals. Endizett. Bei Lina Talks. First Game on PS2. Win-Gi-Gang-Gang-Gang-Gang. Von Lagung-Lagunga. Und das ist ganz schön, ganz schön spannendes Matchup. Ja, aber da wird schon ein Gefeze. Das gibt ein Gefeze. Gefeze. Das muss man alles. Lina Talks kann beißen sehr schnell killen. Wird aber selber schnell gekillt. Oh, ganz knapp hier. Oh, Mario Gold. Oh, Mario Gold. Okay. Oh, heißer Glam. Oh, trade, was für trade? Beide einfach weg, weg, weg. Es war schon böse, was war das? Wow. Dinger, hast du ein bloßiges Ding? Das ist immer so böse, als jetzt schon, wenn du als erstes Stopp ist, war das zu schaden. Ja, das ging echt schnell. Das war bestimmt. Das war ein paar Minuten. Das war ein Minute. Beide klappen sich einfach gegen. Geil, geil, geil. So was bin ich geil. Geil, wenn ich es klappen. Einmal klappen. Klopp. Super Klopp, Brunner. Oh, oh, oh. Beide rein, ich bin wieder eben. Beide, oh, 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 oh. Ja, so was? Oh. Knapp. Hat er aber schon gerätet, der Lina Talks. Ja, das kann man fast sagen. Ja, das kann man fast sagen. Ja, aber. Ja, das war's. Oh, oh, oh. Was ist das? Ja, das war's. Ja, das war's. Guck, 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 guck. Ja, ich zappte. Da ist er ab, ja. Aber, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da hat man hier nicht mehr gelockt. Ja, okay. Wow. Oh, du R-Smash. Oh, oh. Oh, die Klaas auf den Kopf. So wird. Wow. Wow. Oh. Oh, die Idee, ja, nee. Wie war das? Ja, das ist total gut. Oh, 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 oh. Wie ist das? Ist schon ein cooler Tag. Ist ein cooler Tag. Ich feier das jetzt mal. Ja. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Bist du? Ja. Ja, das war's? Wie heißt das? Ja. Boa, ist schon heftig. Also da muss man sagen, das ist schon hart. Ja, der wiegt halt gar nichts, ne? Der wiegt überhaupt nichts. Der ist aus Luft. Luft. Schade eigentlich, schade. So ein bisschen heavier könnten die machen. Heavier. Heavier. Dafür kann er auch ordentlich verteilen. Das war auch Sane dazu. Ja, stimmt. Da kann es auf jeden Fall fetter. Fetter. Ja, schon heftig. Ist schon heftig. Das ist ja auch bei Sephiroth, der ist auch ultra leicht, ne? Normal. Okay, second game, second game. Wir sehen, same, same, same. Wenn man nicht spiele, dann kommt es noch. Wüsste ich jetzt nicht. Okay, jetzt hau der Business auf. Ja. Und setz auf den Grund. Aber das kann auch... Ja, das war's schon. Ja, das ist ja alles. Ich gehe ganz schnell hier, weil ich meine... Bam, bam, bing. Ba, ba, bing, bam. Und fertig. Ja. Aber das ist doch nicht so. Aber das ist doch nicht so. Ja, wenn ich jetzt mit Boxdown, die Dose abgehend kann. die die alle die 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 Aber man nennt nie aus. Sieh, wenn man seinen Körper im Akten schlafen... Jetzt hab ich auch ein Kürzeres gemacht. Das kann alles wissen gehen können. Das ist halt auch so crazy, wenn man schlafen lässt. Nein, ich bin nicht schlecht. Nein, ich bin nicht schlecht. Nein, ich bin nicht schlecht. Boah, ich bin nicht schlecht. Oh, ohne Beschaffen. Oh, ja. Oh, ja. Das hat's gemacht. Das hat's gemacht. Ja. Oh. Da müsste sich schon jetzt einen Kill holen, den Stopp. Wer holt? Ja, aber sonst gibt's schon... Weg zu werden. Ja, das ist auch echt scary, ne? Ja, okay. Oh, aber okay. Ja. Ich bin vielleicht sogar ein... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, jetzt ist das ein... Oh, 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 oh. Oh, leider geht's, Digga. Das ist ja schon fast wieder ausgelegt. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Sie sieht gut, cofk. Sie istEurope,在 Boxing, ja ja. Oh, ja. Haha, hahaaja. The tip. Die mirrors einen Dinge. Hey, find das gut, man. Oh, ja, he mal eben hier. Oh, relativ. Oh, eine Mischung... Oh, links hammerst du einen Kopf? Wenn der da spielt, dein Leben schießt bitte. Total. beide noch weiter ja das okay wieder der erste zweitest abend muss er sich jetzt holen ja ja Ja, das ist schön gewalt, schön gewalt. Keiner müssen zählen, keiner müssen zählen. Keiner müssen zählen. Das sieht sehr gut aus für die Bedürfn. Oh! Das ist Harry. Das macht er ja wohl nicht. Ich weiß, er muss ihn jetzt killen. Full-Rage Mewtwo, das ist jetzt eine... ...eine... Okay, okay. Eine Beißel-Kombo. Mit Christy an der Ledge und dann down. Oh! Kann auch mal ganz schnell gehen. Geht ganz schnell. Winterzeit. Riecht Power. Riecht Power. Riecht Power, ja. Oh, geil. Riecht echt hier. Wo ist denn das? Fiese Winterzeit. Winterzeit. Winterzeit Tee. Winter. Winter. Winterfrüchte Depets Spekulatius Aroma. Winter. Winterzeitoutez請 smoke. Winter Wake Emora. Det sheer mode. Was sch sist an die Femme�� ich halte das hohe alle fahrer ganz normale fahrer Windrechte Beine Sooo Ich hab den so 50 Kilometer abgeschossen Ich hab den so 50 Kilometer abgeschossen So Leider hab ich das nächste Flop Woah Oh Muss ich aufpassen Soll ich aufpassen Leider aufpassen Noch ein bisschen Lange Schild 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 Oh heftig Counter Nice gemacht Nice Kurz Sackern Mh 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 Boah Sauberer Tech, Alter Schild Oh ja hier Dacho Macho Wolle Jacho Macho Macho Klau 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 Technik Woaa Alles auf Koppel Klau Woah Einfach rein So viel gecovert So viel gecovert Der konnte nicht nur stehen bleiben Er konnte nichts machen Ist alles gecovert Der Fusser jetzt auch. Der Fusser jetzt auch. Okay, okay. Nice grab. Ja. 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 Aber ich würde sagen, dass wir hier auf dem Chair sind. Boah, hat da keine Hosen an und der sieht man jetzt ja auch. Wir catchen, wir catchen. Ja, da müssen wir einfach ein bisschen zu pegen, 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 pegen. Da muss die Nio-Talk schon ein bisschen drauf gehen. Ja, er kann halt nicht chillen, aber es ist halt, sobald er da in seine Area kommt. Ja, ist auch hart, ne? Aber er muss da irgendwie durch, er kann nicht chillen. Aber jetzt, was soll er machen? Oh, der kommt jetzt ran. Kommt von Doze ganz links, kommt angelaufen, abwehr, bap. Oh, die. Ja, das ist schon doll, aber hat er eben auch schon mal. Ich glaube, er darf einfach nicht. Äh, 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 äh. Ciao! Ciao! Oh, okay, okay, okay. Da muss er nicht einfach rein. 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 Okay. Oh, okay. So ein bisschen, 20 auch. Was denn? B. Voll? B. Oh, hä? Einfach reingelaufen, absmash? Okay, das war Rennig. Weiß nicht, was da geplant war. Er wollte was mit der Frischbik haben. Ach so, er wollte Frischbik und dann würde er nach oben fliegen. abschnecht das war schon heftig aber in die tools wenn du abschnecht es war nicht wenn das dann auch wenn du raus für leute die überhaupt keine ahnung ach so ja ja nee war schon gut gemacht doch was hat ja nicht geklappt das hat mit der frisbee und dann trotzdem getroffen ist es so ein fünftiges die ja nie weg die weg die weg was machen wir in so einer situation leute ein das war alles egal ok 160 aufbuchen war das ja so lange überlebt ist schon heftig aber ich doch alles geht es ja die spätere dose ich glaube ich wieder hier und der shadow wohl da war ich auch gerade ja trotzdem gekehlt eh nice combo aber ja, Bruder lieb doch, Bruder lieb für Leader Tox hier Bruder lieb für Leader Tox Irgendein Match ok, also 2-1 wie bei Sir ja gerade ein bisschen die Mottox haben auch schon und damals ach, geht noch nicht auch schon knapp oh 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 er hat alles alles sauber oh 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 und SDN wartet schon SDN wartet schon so wartet schon ach da hinten sehe ich ihn jetzt auch mhm der so okay oh und hat er doch gegen NiceFace geworden ja da stand 1-0 auf jeden Fall bei NiceFace und ihm ne also NiceFace hat er geführt auf jeden Fall okay heftig 2-2 jetzt hier im Winner Finals im Winner Finals sehr 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 spannend jetzt hier las Pokémon Stadium da kann beide Tassen hier und er eröffnet das geht nur 50 Prozent kein Albe was ist da vor oh juhu ich verstehe gerade nicht was passiert ha Digga da kommt alles hat gerade irgendwie gehofft aber ja hauptsächlich die Frisbee ganze Zeit wenn ein Frisbee weißt was heißt die Werbe wenn Frisbee nur einspielen könnte so schnell und langsam fliehen könnte das wird so gut weil wenn die Frisbee einfach liegen bleibt die ganze Zeit wenn man noch eine werfen könnte die Länge heißen oder so 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 die wäre ein so komischer Snake oder stell vor Dakar hat einfach eine Kieger stattdessen hör auf okay kommst jetzt ja jetzt film beide wieder wissen das ist ernst ohhhhhh Weg wo weg her Oh oh Alles auf einem Haufen Oh ne ne ne, das hat uns noch nicht geklappt Oh, jetzt der Scamming Situation Oh, okay Dose einfach Ja, ist ein guter Leap bis jetzt noch für Freigerung Aber, wenn er jetzt einen Jump catcht oder sowas, also nur eine Tox Dann Dose ist auch aus dem Weg Kommt da noch dran Oh, okay Oh, er hat eine AirDodge erwartet aber nicht Offstage Okay, Dose Dose ist wieder aus dem Weg Wir müssen das einfach rumgesprungen Ja, das ist echt nicht einfach für Linobox da jetzt irgendwie ranzukommen Überhaupt jetzt so eine fette Wall die ganze Zeit Oh, er lebt noch Oh, er lebt noch Er lebt noch 20% ist keine große Leap Nee, das hast du überhaupt keine Leap Aber, noch fliegen die ganzen Feftile hier rum Ja, beiß du brauchst irgendeinen Hit von der Puspy Dose oder Gunman Dann geht auch wieder eine Combo Oh, einfach eingelaufen Grab Oh, okay Ja, das war eigentlich nicht so schnell Wie ging Okay, Dose ist auf dem Weg Oh, wie kommt er jetzt raus? Kommt er auch noch? Oh, ja, nee, 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 nee Einfach weg den Ball Oh, das ist gar nicht mal so Oh, das ist eigentlich noch alles drin Ist eigentlich noch alles drin Einige Zeit Nur eigentlich 4 Hits Vor allem ist es so scary Offstage zu sein gegen Mewtwo Die Berke Kill zu früh, wenn sie sich gut hittet Oh, oh Das war auch schon knapp Das wäre es auf jeden Fall gewesen Ja, weiße Komm nicht drauf Ja, genau Ja, der Berke hätte vielleicht noch nicht gekillt euch Oh Das sind Prozente Das sind Prozente Die jetzt nicht Oh, oh Du kommst ganz schnell Na, ganz schnell Nee Oh What? Krass Oh 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 Fast Mario Golf Aber es war leider kein Rundenbon Nee Noch nicht Und das ist wieder am Start Ah, Yuzetox macht das ja ganz gut mit dem äh Klecktor, ne? Ja Ja Da kommt nicht rum Oh Oh Gerade in dem Moment Oh Oh Ich hab ihn dir durch die Quartel Oh Das gilt einfach Hä? Ja, was die Dosis Wow Deflektierte Dose Heißt, eingezogen Wer bist du denn? Oh Oh! Beide ein Stock! Beide ein Stock! Beide ein Stock! Beide ein Stock! In einem 2-2 Winner-Final in einem Top-Hang hier! Sehr spannend! Sehr, sehr funnend! Spannend! Oha, Alter! Sehr übel, sehr übel! Es ist jetzt eigentlich genau übel, ey! Sag so, ja, es ist so, ey! Oh, Gunman in den Kopf! Oh, Gunman! Oh, Gunman! Oh, Gunman! Oh, Gunman! Oh, Gunman! Oh! Der ist schon fast gewesen! Oh, oh! Oh, oh! Ab, er! Aufpassen! Oh, aufpassen! Oh! Oh, Down Smash! Oh, das war's! Und das war's, Digga! Das war's! Das war's! Oh, Down Smash! Down Smash hab ich das erste Mal gerade gesehen! Ich hab' auch ein bisschen was verpasst, aber das erste Mal gerade aufs Reis gesehen im Set! Ja! Oh! Oh!